Musik Und hiermit, meine Damen und Herren, zu etwas Neuem, zum ersten Roman der Weltliteratur. Zur Geschichte vom Prinzen Genji, aufgezeichnet von der Hofdame Murasaki im frühen 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, der Blütezeit der Heian-Periode für jene Japaner, die den christlichen Kalender nicht kannten. Die Werte dieser Zeit, wenn man es umrechnet, etwa von 790 bis 1180, paar Jahre links oder rechts mehr. Dieser Roman Genji, die Erzählung von Prinzen Genji, spielt für die japanische Geschichte etwa die Rolle, die der Simplicissimus für den deutschen Leser spielte, nur dass es in Japan etwas erotischer zuging. Genji Monogatari, wie das Werk auf Japanisch heißt, erzählt vom Leben des zweiten Sohnes eines Kaisers, den dieser mit einer Konkubine zeugte. Aus politischen Gründen muss Genji seinen Adelstitel aufgeben und als einfacher Offizier im Heer dienen. Bald stirbt seine Mutter. Der Kaiser heiratet eine Frau, die der Mutter ähnlich sieht. Der junge Genji verliebt sich in die Stiefmutter. Die Sache nimmt ihren Lauf. Sie haben vorhin gehört, die Geschichte von Prinzen Genji sei der erste Roman der Weltdetraktur. Sein Prädikat ist natürlich Unsinn. In der Kunst geht es nicht um Erstbesteigungen oder das Wettlaufen zu irgendeinem Polen. Außerdem waren wir, der Westen, nicht Teil der japanischen Welt und umgekehrt verhielt es sich genauso. Zudem beleidigten wir mit dem Prädikat den Römer Petronikus etwa und den Inder Banabata oder den Schöpfer von Daphnis und Cluey, der ja auch schon Prosa geschrieben hat, um nur zwei, drei andere Autoren zu nennen, die früher veröffentlichten. Wenn es aber dennoch nicht unschicklich ist, von einem bedeutenden Roman einer Kometenstunde der Literatur zu sprechen, so liegt es daran, dass die Autorin, das Murasaki Schick, uns ein Werk hinterlassen hat, das wir heute noch so lesen können, wie, sagen wir, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Pust. Und mit Lesen meine ich die Elemente Spannung, Mitgefühl, psychologische Erkundung und nicht zuletzt auch sinnliche Freude. Ein Buch, das den Leser ein paar Wochen, wenn nicht Jahre begleitet und im Einblicke in eine zuvor unbekannte Welt schenkt. Dass diese Welt in Japan liegt, sollte den Leser genauso wenig schrecken wie die zeitliche Entfernung, die uns von der damaligen Welt trennt. Menschliche Leidenschaften haben sich durch die Jahrhunderte so dramatisch nicht geändert. Der deutsche Leser sollte nur beim ersten Kontakt mit diesem Werk der Weltliteratur bedenken, dass die Erzählform früher japanischer Romane einer Serie von Holzschnitten gleicht. Die bekannte Motive stets nur sehr höflich variieren. Es gilt selbst für die Beschreibung der sehr abwechslungsreichen Lebens- oder sagen wir Liebesszenen des Prinzen Genji. Frau Murasaki, soviel wenigstens ist biografisch verbürgt, war eine Hofdame, die sich mit ihrem Roman Kapitel für Kapitel an andere Damen der adeligen Gesellschaft wandte. Die Arturin selbst stammt aus der einflussreichen Familie der Fujiwara, allerdings aus jedem Zweig, der eher für Literatur und das Patronat der schönen Künste bekannt wurde. Sie wurde wohl 978 geboren, starb vermutlich 1031, beides wie ihre Biografen in äußerst unjapanischer Unbestimmtheit notieren, beides in Navovo, ja in Japan. Gut, sie war ein Mädchen, also mag die Nachlässigkeit in der Lokalisierung und Datierung erklären. Sie erklärt auf jeden Fall, warum ihre Bildung vom Typus Bildung für höhere Töchter war. Dazu muss man etwas sagen. Denn entscheidend für das Werk der Murasaki ist, dass sie nicht im Chinesischen unterrichtet werden durfte, weil sie eben ein Mädchen war. Und das Chinesische war das, wenn man das Chinesische damals nicht lernen durfte, war das für die betroffenen Schüler so eine Art Zurücksetzung, eine Art Maßnahme, wie es für ein europäisches Kind oder in unserem Kulturkreis gewesen wäre, wenn man nicht Latein, zu einer gewissen Zeit nicht Latein oder nicht Griechisch hätte lernen dürfen. Was sollen die Frauen auch, fragten sich die Japaner mit so viel Bildung, so ähnlich wie sich die europäischen Fähler so etwas fragten. Ihr Vater, dem das aufgeweckte Wesen, das ist aufgeweckte Wesen der Tochter, nicht entgangen war, soll, so schreibt die Tochter in ihrem Tagebuch, irgendeinmal geäußert haben, wie schade, welche Verschwendung, dass du ein Mädchen bist, was hätte aus dir werden können, wenn du ein Junge geworden wärst. Dennoch, oder dafür liebte sie den Vater, heiratete vergleichsweise spät und galt in den Zirkeln, in denen sie sich bewegte, als Blaustrumpf. Das gerade Nicht-Beherrschen der chinesischen Schriftsprache macht eine Autorin natürlich nicht notwendig zu einer unbeholfenen Autorin. Es hatte aber für die japanische und für die Weltliteratur den Nachteil, dass Frau Murasaki ihr Werk nur in einer Silbenschrift festhalten konnte. Chinesisch ist keine Silbenschrift, aber es gibt im Japanischen eine Schriftvariante, die ist es nur die Silbenschrift. Wenn Sie so wollen, ist es eine Form von Stenogramm. Aber wenn man bedenkt, dass Wörter über die Jahrhunderte natürlich ihre Aussprache, ihre Bedeutung, alles Mögliche ändern, dann leuchtet ein, dass nur stenografisch festgehalten manche literarische Perle auf der Strecke geblieben ist. Für Philologen ist das natürlich ein Fest. Heißt es nun im Text heiliger Baum oder heißt es einfach grüner Zweig? Heißt es wilde Nelten oder ist es einfach die Farbe rosa gemeint? Für Ihre Lesefreude, glauben Sie mir, meine Damen und Herren, macht das überhaupt keinen Unterschied. Und bedenken Sie einmal, wir sind jetzt mit ganz wenigen Namen ausgekommen. Prinz Genji, der Held, Frau Murasaki, die Autorin, Fujiwara, ihre Familie, Genji Monogatari, der Titel ihres Werkes, und auch Heian, die Periode, in der sich alles zuträgt. Strenges Wirtschaften bei den Namen, das sei unser Schlüsselwort. Denn bekanntlich kann man mit nichts die Zusammenfassung eines Werkes dem Zuhörer so unerträglich machen, wie mit fremden Namen, zu denen der potenzielle Leser, die Leserin, noch keine Beziehung entwickeln konnte. Das ist bei russischen Romanen genauso schwierig. Denken Sie an Dostoyevsky. Wie können Sie da die einzelnen Adeligen auseinanderhalten, wenn man ihnen noch keine Perücke, kein Schnupftuch, keine neselnde Aussprache zuordnen kann? Das ist kaum leichter beim französischen Gesellschaftsroman. Oder, und das kommt alles ja noch auf uns zu, im chinesischen Märchen. In Japan wird die Sache beim Nacherzählen auch deswegen etwas heikel, weil sich Autorinnen wie die Murasaki scheuen mussten, sonst hätten sie als vulgär gegolten, Personen bei ihrem Namen zu benennen. Es geht also nicht um den Herrn Sato, sondern um jenen Herrn, der beim Tanzen so leicht aus dem Takt geriet. Es geht nicht um Fräulein Tanako, sondern um den Schmuck einer Nachtigalenfeder. Das nur zum Beispiel. Und natürlich schreckt Sie das nicht vor dem Lesen ab, meine Damen und Herren. Sie werden das Werk ja nicht im Original lesen. Prinz Genji, Sie erinnern sich, verliebt sich in seine Stiefmutter. Er ist, das wird mehrfach im Roman erwähnt, ein ungewöhnlich attraktiver junger Mann. Auch deshalb erwidert die Stiefmutter die Zuneigung. Doch selbstredend kann von dem, was man so schnöde Vollzug nennt, nicht die Rede sein. Zudem ist ihr Stiefsohn verheiratet, wenn auch unglücklich. Also sucht der Prinz Trost bei anderen Frauen, meist mit nur geringer Befriedigung. Die Lage ändert sich dramatisch. Erst als Genji irgendwo nördlich von Kyoto ein zehnjähriges Mädchen findet, das wie eine Reinkarnation seiner Stiefmutter ausschaut. Er bringt sich eher auf unlautere Weise in den Besitz der Kleinen und lässt sie zu seinem Palast bringen, wo sie nach dem Modell seiner geliebten Stiefmutter aufgezogen werden soll. Diese Stiefmutter hat inzwischen aber eine Gelegenheit gefunden, ihren Gatten mit Genji zu betrügen. Ein Kind kommt zur Welt, eine Tochter, die, niemand am Hof hält, Ehebruch für möglich, nämlich später zur Kaiserin von Japan wird. Das ist aber noch nicht das ganze Vaterglück von Prinz Genji, denn inzwischen hat sich auch seine Ehefrau mit ihm ausgesöhnt, trägt auch ein Kind von ihm, wenn Sie verstehen, was ich meine, unter dem Herzen. Diesmal ist es ein Bub, der das, aber das wissen wir erst viel, viel später, dem bestimmt ist, der Kaiser von Japan zu werden. Kurz darauf stirbt die Mutter des künftigen Kaisers. Der Prinz heiratet das heranwachsende Ebenbild seiner Geliebten. Auch das hält ihn leider auch nicht davon ab, wie ein vorweggenommener Don Juan immer weitere Affären zu verfolgen und abzubrechen. Es treibt die neue Ehefrau schließlich dazu, eine buddhistische Nonne werden zu wollen, den Prinzen im Gegenmut, sich voller Schwermut in andere Abenteuer zu verstricken, als sei eine jede Affäre die Wiedergeburt, die buddhistische Reinkarnation einer bereits vollzogenen. Und an dieser Stelle breche ich ab, meine Damen und Herren. Lesen können Sie schließlich selber, sonst hätten Sie dieses Fernsehprogramm nicht eingeschaltet. Dabei habe ich jetzt das Gefühl, verehrte Zuschauer, ich hätte Ihnen in weniger als zwei Minuten einen etwas atemlosen Einstieg in die Dramatik von so etwas wie Richard Wagners Ring des Nibelungen gegeben. Große Werke taugen eben schlecht für kurze Nacherzählungen. Was ich Ihnen aber dringend vermitteln will, ist seine Aufmerksamkeit, eine Neugier auf jener Geschichte mit gewaltiger Fallhöhe der vorgestellten Personen. Und das nicht, weil es vielleicht um Kaiser und einfache Soldaten geht, sondern weil eine enorme Bandbreite der Gefühle vorgeführt wird, die die Protagonisten doch zu unverwechselbaren Geschöpfen macht. Wir können also, um dieses dumme Vorurteil schnell zu verabschieden, wir können die diversen Reizstoffe unserer eigenen Gefühlshaushalte getrost auch in anderen Kulturen wiederfinden. Von wegen immer nur lächeln. Von wegen Fächer, Fächer, Fächer vor dem dick geschminkten Gesicht. Von wegen also der rätselhafte, undurchdringliche Asiate, respektive die ebenso rätselhafte, ebenso undurchdringliche Asiatin. Hier, zur Zeit unseres Mittelalters, der japanischen Herrenperiode, wird auch von unseren Ängsten, Begierden, von unserem Stolz und von unserer Eitelkeit berichtet. Doch damit nicht genug. Wir können diesen Roman auch betreten. Wenn Sie mir das Wortbild gestatten, betreten wir ein gut ausgestattetes Museum der japanischen Kunstgeschichte, das beständig bereit ist, alle Objekte der für uns zur fernen Kultur zum Leben zu erwecken. Wir werden durch eine andere Welt geführt, die nach und nach in mehr als 50 Kapiteln, nein, beileibe nicht zu unserer eigenen wird, aber eine, sagen wir, verständnisvollere Neugier erweckt. Es ist ja trotz aller Sushi-Bars und populär gewordenen asiatischen Kampfsportarten so lange noch nicht her, dass unser einer den Untergang des Abendlandes mit der gelben Gefahr in Zusammenhang brachte. Dagegen hilft nach wie vor nur das kühne Vertrauen auf Bildung. Auch das Verstehen anderer Sinneswelten, anderer Formen, anderer Ausdeutungen der Ästhetik, auch der Erotik. Warum der sorgfältig dezent gepuderte Nacken einer Frau eine so große Erregung auslöst wie im umgekehrten Fall des Begehrens der Schwung männlicher Augenbrauen, um mit ganz nebensächlichen Beispielen anzufangen, das lernen wir aus dem Roman. Große Romane lehren uns dazu auch das Beachten scheinbarer Kleinigkeiten. Das haben sie mit Perlen gemeinsam. Wir sehen uns beim nächsten Mal.